Sebastian, was machst du gerade? Ich mache gerade hier einen Karton fertig für den Mann, der wird eingepackt, weil der hat noch einen Fernseher bekommen und ja, den Karton kriegt der Kunde mit, falls was sein sollte, wird im Auto gestellt. Was bekommt denn das Auto? Das Auto hat sozusagen die Grundlage zur Selbstständigkeit, um autarkisch stehen zu können, hat der Wagen bekommen, das heißt eine Lithiumbatterie hat er gekriegt mit sämtlicher Elektronik, eine Solaranlage, eine SAT-Anlage mit Fernseher und einen Wechselrichter. Wollen wir uns das mal anschauen gehen? Können wir gerne machen. So, wie du schon sehen kannst, hat der Mann einen Fernseher gekriegt von Alphatronics mit einem TV-Halter. Und dann hat der Mann einen Wechselrichter bekommen, damit er wieder mit füllen kann oder mal Kaffee kochen kann. Der ist hier drin versteckt, schön klein, wieder in grün und wie gesagt die Kabel alle gescheit gelegt und ja, wir sind 1200er, zum Haare füllen und zum Kaffee kochen, Kaffee waschen, Kaffee kochen, machen wir wieder zu. Dann hat der Wechselrichter hier die Steckdose für den Kunden, der wollte die hinein haben, weil er viel mit dem Laptop arbeitet oder Handy lädt oder ja, was er hier in diesem Bereich dann macht. Und hier oben drüber, komm mal rein Philipp, hat er den Batteriecomputer gekriegt, für die ganzen Anzeigen, was er in Volt hat, wie viel verbraucht er alles hat, nur in grob. Dann einmal den Schalter für den Wechselrichter, hat er da hinbekommen. Soviel, wir sind jetzt auf dem Dach angekommen. Das sind die neuen Exifire 100 Watt Platten. Wie ihr jetzt ganz neu bei uns im Programm mit unserem Label da vorne wieder, wie du siehst, hatte man jetzt 200 Watt auf dem Dach mit zwei Dachdurchführungen. Die vordere, also die linke, ist für Solar, die rechte ist für die Christoph-Anlage, die du hier auf der rechten Seite siehst. Die ist jetzt im eingefahrenen Zustand, sehr geringe Aufbauhöhe und eine sehr wartungsfreie Anlage. Test bestanden. Test bestanden. Test bestanden. Test bestanden. Brighter ranks in der Verkaufgabe, Untertitelung des ZDF, 2020